Willkommen zu Ihrer täglichen Gratis-Trading-Idee, ein neues Format bei Elliot Waver Live. Mein Name ist Frank Schuh und ich erstelle täglich die hochwertigsten Videoanalysen bei YouTube mit ganz konkreten Trading-Ideen zu allen wichtigen Märkten. Nur bei Elliot Waver Live erhalten Sie konkrete Einstiege, Ausstiege, kurze Stops und ein Top-Chancen-Risiko-Verhältnis bei allen Trades. Und als Kanalmitglied ab Stufe 2 erhalten Sie regelmäßige Updates zu den 12 wichtigsten Märkten und ab Stufe 3 sogar zu über 20 Märkten aus den Anlageklassen Indizes, Rohstoffe, Währungen, Commodities, Einzelwerte und Krypto. Jeden Tag wechselnde Gratis-Analysen hier bei Elliot Waver Live und heute präsentiere ich Zoom Video Communications Inc. Warum ist dieser Einzelwert jetzt gerade interessant? Das erklärt sich aus der Elliot Wave Analyse dieser Aktie. Natürlich immer vorausgesetzt meine Zählweise stimmt, dann haben wir hier ganz unten eine Welle 2 beendet. Die hat jetzt schon 99% gemacht. Was bedeutet das? Die kann jetzt nach unten durchbrechen und dann muss ich mir natürlich eine neue Zählweise ausdenken. Aber da ich zu meiner Zählweise stehe und wir einen super knappen Stopp setzen können, ist das Chancen-Risiko-Verhältnis einfach super gut hier. Ich gehe jetzt ein bisschen näher ran bzw. lasse mich euch noch kurz zeigen hier wo das Ganze hingehen wird. Das heißt unter der Voraussetzung, dass diese Welle 2 hier unten in diesem Bereich hier hält auf dem letzten Tief, dann folgen steigende Größe zuerst in der Welle 1 bis über 200. Wir sind aktuell im Bereich bei 63 oder kurz darüber im Moment. So jetzt zeige ich euch den Trade. Und beachtet bitte dabei, das hier ist keine Anlageberatung. Ich zeige nur Signale aufgrund meiner Chartanalyse, die ich immer mit der LJ-12 Methode durchführe. Einstieg zum Marktpreis. Ich kann natürlich nicht voraussehen, da jetzt Sonntagabend ist, bei welchem Kurs der Markt jetzt am Montag eröffnet. Aktuell bei mir ein Kurs im Bereich von 69,50. Der kann natürlich etwas variieren. Die Make-or-Break-Linie und gleichzeitig der Stopp liegt bei 63,60. Die Wahrscheinlichkeit hier rauszufliegen ist nicht besonders gering. Aber wenn dieses Tief hier unten hält, dann gibt es nach oben her eine sehr, sehr große Chance. Wenn man jetzt die Welle 1 handeln möchte, dann kann man quasi im Markt bleiben für mehrere Monate und kommt auf ein Kursniveau bei 203,27, so wie ich das ausgerechnet habe. Jetzt ist folgendes, was ich auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte. Es kommt nicht in jedem Fall darauf an, ob eine Analyse dann am Ende tatsächlich zutrifft, denn schief liegt jeder zwischendurch mal. Es kommt nur darauf an, das Risiko so zu managen und so gute Signale zu haben, dass am Ende die Mehrzahl der Trades funktioniert, wir die Gewinne entsprechend ausschöpfen, aber die Verluste ganz klar minimieren. Das Chancen-Risiko-Verhältnis in diesem Trade ist gigantisch. Eine Vermehrfachung des Kurses, eine mehr als Verdreifachung des Kurses ist möglich. Aber beachten Sie immer das Risiko, doch bei solchen knappen Stopps kann man es sich leisten, ein- oder zweimal aus dem Markt rausgekegelt zu werden, bevor man dann einen Einstieg findet, der nach oben führt. Sollte die Welle 2 nämlich nach unten reißen, dann bekommen wir erst nochmal weiterfallende Kurse und dann wird sich das Ganze ein wenig nach hinten verschieben. Doch halte ich diese Chance auf jeden Fall für wert, beachtet zu werden und möchte sie damit heute an Sie weitergeben. Ich danke für die Aufmerksamkeit der Frank Schuh von Elliot Waver Live.